ARNOLD, komm wir gehen hoch, wir machen das EG. Der Wade hat auch die beste Erfahrung im zweiten Stockwerk, vielleicht sollte er dahin gehen. Ein Green Hoodie. Ich kann das nicht aufnehmen. Mathew, dein Wunsch wurde erfüllt, ich bin nicht mehr orange. Wie beim SICK-Zeug oder was? Oder wo? Bist du nicht mehr orange? Achso, der Ding, der Anzug. Pristine, das ist... Geh mir mal einen dritten Stock, wenn ihr da am zweiten seid. Alter, ich... Hey, hier ist nichts. Oh, was soll man hier noch tolles? Oh, hier liegt ne Schrotflinte, glaub ich. Oh, ne ne ne, ne Mosi ist hier. Ne SKS, ne SKS Pristine-Zustand. Leute. Ich komme gleich. Und... Na, bissl Flash gleich ist nicht so. Ich nehme sie mal mit, weil das hier noch wegtreibt. Oh, jetzt habe ich den M4 weggelegt, das wollte ich nicht. Ich will ja eigentlich ins Inventar legen. Aber das geht gar nicht. Fabi, legst du auf dem Boden hier rum? Ja. Was machst du das? Ich guck gerade, das brauche ich ja nicht, aber die Medi-Tail ist gut. Alter, liegt auf dem Boden rum. Ich dachte, du war schon mit Bruder, ey. Was ist ne SKS? Ist das sowas ähnliches wie die Mosi, oder was? Sag mal, wo bist denn du? Ja, oben, in dem Stockwerk drin. Ganz oben. Nein! Dritten halt. Ich bin nicht zu tief gefallen. Hier, hier drin liegt sie. Soll ich mal sehen? Arnold, du musst jetzt nicht rein, weil du hast ne Waffe. Wer ist jetzt schon wieder hinten? Alter, Mann! Fabi, ganz ehrlich. Ja, Alter, ich wollte doch mit ne Waffe. Ganz ruhig. Ich nehm sie dir nicht weg, ich hab ne Waffe. Ich wollte sie ja nur mal angucken. Ist oben was? Ne. So, das machen wir jetzt mal hier ein bisschen so. Und jetzt ganz ruhig beim runtergehen, ey. Wir müssen nicht noch jemanden hier von der Prüstung werfen. Pistol-Flashlight? Ja, das brauchst du ja nicht mehr. Ne, keine Pistol. Und Flashlight bei der Pistolbranche auch nicht. Und außerhalb vom Gebäude habt ihr mal geguckt, aus dem Balkon? Mhm. Hier drin war die, ja. Naja, ich hab da unten nicht anders abgeflucht. Ja, okay. Ähm, gut, dann hast du mit Waffe, du brauchst aber auch die 7, irgendwas Millimeter, ne? Ähm, keine Ahnung. Steht sogar dabei. Echt? Ja, steht sogar in der Beschreibung. Hier ist die Tür schon offen. Hier ist die schon offen, ja. Beim Roden. Wo lauft denn ihr jetzt wieder hin? Ich bleib nicht bei mir. Ähm, ihr seid ja schon weiter weiter gelaufen, oder was? Unten stehen wir keine Güte. Achso. Ja komm, lass uns reingehen ins Routerhaus. Aber du hast... Was ist denn das jetzt für ein Gewehr? Also, es ist ja nicht so das wie du Ahnung hast, ne? Nene, das ist ein SKS. Achso. Ich hab keine Ahnung was es macht. Ich mein, das ist ein Maschinengewehr. Ohne Witz. Wie ich hier voll rumgedrückt wäre. Ja, es lackt auch gerade ein bisschen. Es ist... Ja, dann brauchst du wahrscheinlich ein Magazin. Ah, ich hab ein SKS-Magazin. Aber, glaub ich, oder? Zeig mal. Oder guck mal bitte. Ey, wie ich hier die ganze Zeit rumgedrückt wäre. Das ist so zu kotzen. Geh mal weg hier. Ich hab kein Problem. Ich hab ja 5,56 Millimeter. Du brauchst ja 7, irgendwas Millimeter. Okay. Also du brauchst ein Magazin dafür. Ich brauch ein Magazin dafür, scheiße. Ja, hier ist schon noch ein Astrid. Vielleicht finden wir was. So, jetzt... Das Gebäude haben wir jetzt. Dann gehen wir jetzt in das nächste hier, würde ich sagen. Das Grüne einmal und dann einmal das Rot auf der linken Seite noch. Ja, aber... Aber sind die Türen hier schon offen? Ist hier noch jemand? Das kann's jetzt nicht sein. Guck mal, hier ist auch die Tür offen. Welcher? Seid ihr jetzt schon beim Grün oder wie? Bin jetzt gleich mit dem Grüne drin. Ganz ehrlich, ich nehm jetzt die Waffe in die Hand. Das ist von mir jetzt echt zu riskant hier. Also ich geh jetzt hier das Beige. Ihr könnt mal in das Grüne gehen. Waren wir in dem Beige nicht schon drin? Ah ne, hier waren wir schon drin, ne. Deswegen steht die Tür offen. Ja. So viel zu partnern. Für die Paternoia hier, in dem waren wir noch nicht drin. Äh, in dem Kuh... In dem Backsteinhaus waren wir auch schon. Ja. Ne, da waren wir noch nicht drin. Da ist jetzt schon die Tür offen, Leute. Da waren wir noch schon drin. Sehr komisch. Hier ist schon eine Rotten Banana. Nicht auf einen Blick, dass die Rotten ist. Ah ne, wir haben ja noch... Ne, da waren wir noch nicht drin. Da oben liegt doch irgendwas. Äh, ein, ein Krochtopf liegt hier. Ja, da kannst du aufschreiten. Das funktioniert eh noch nicht. Ja, was? Real hungry, Alter. Wir wollen jetzt essen wieder. Nichts anderes. Ja, dann würd ich sagen, wo seid ihr jetzt? Ich geh grad wieder, ähm, auf die Straße, wo wir waren. Genau. Ja, wir warten hier mal. Ich muss hier gerade was essen. Äh, du hast... Ah ne, ich esse erstmal hier, wo... Ich hab gar nichts mehr zu essen, Leute. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rumstehen und warten, wie er isst, wenn ich verhungere. Da such ich lieber was. Braucht dir mal ein Gummistiefel? Die sind eigentlich gar nicht schlecht. Ich hab ein paar übrig. Wenn jemand normale Schwule noch hat oder so. Ich geh, ich geh in das graue Haus gerade, wo, äh, dir gegenüber ist, Ray. Okay. Dann geh ich in das Holzhaus auch gegenüber. Also ich leg mal die Stiefel hier ab, wo ich stehe, wenn jemand... Oh, Leute, ey. Das ist einfach nur... ... stupides Durchfluten, ey. Ja gut, hier ist Spaghetti oder Kroost. Ne, gebackene Bohnen hab ich. Dann geh ich in das spätische Haus nochmal eins danach. Ja, komm ich auch mit dir mit, Ray. Es sind sehr viele Häuser hier. Also eigentlich, wenn wir jetzt alles durchgehen... Ja, wenn du alleine wärst, würdest du jetzt ziemlich viel finden, so. Also... Das Problem ist, wir müssen vier Mäuler stopfen, das ist das Problem. Ja. Hier liegt nochmal ne Waffe, Simon. Oh ja. Komm mal so, das ist nochmal ne SKS. Okay. Mitnehmen, alles mitnehmen. Aber die braucht doch kein, die braucht doch kein Ding. Das ist doch... Das ist ne Mosi, oder? Das ist ne Mosi, ja. Und hier ist noch ne Axt, ne normale. Aber das haben wir nicht anders. Welches Gebäude... 2,62. Ich geh jetzt in ein Gebäude mit... Es kann sein, dass das in deine Fass... Hier, Simon. Hier, Simon. Auf die Straße, komm auf die Straßen. Von mir. Hier ist er drin. Ja, Fabi nehmt gut an die Mosi. Okay. Gibt eine Automatikwaffe im Simon. Warte mal, ich guck jetzt mal irgendwie... Scheinbar SKS. Es passiert aber nix. Komm dir jetzt mal hier rein, bitte. Lauf nicht immer dran vorbei. Ja, der Simon ist wahrscheinlich schon drin, oder? Jetzt bin ich drin, ja. Ja, Fabi, kannst du jetzt die Waffe kurz mal tauschen. Ja, natürlich. Ganz ruhig. Hier, also ich leg meine Waffe auf den Boden. Geh mal ein Haus weiter zu dieses grünen... Und ich nehm jetzt die Mosi dafür. In dieses rote Haus. Ja, und die Munition hast du ja gefunden, oder? Die Munition hab ich, ja. Genau. Perfekt. Ich geh mal hier ein Stockwerk höher. Und da war noch keiner. Oder warst du schon oben? Ja, das ist ein Fritz in der. Geh jetzt da nicht rein? Oh, ich glaub ich hab ne... Oh, ne Feuerwehrachs Pristine Zustand. Nehm ich jetzt. Hat jetzt irgendjemand noch keine Feuerwehrachs? Ja, ich. Dann komm her, hier liegt dann die Kaputte ab. Also ich muss, ich muss die... Mosin reicht einfach die Munition. Ja, ich muss sie raus machen aus dem Karton erst, oder? Empty. Ja, ja klar. Das ist logisch. Was liegt hier? Oh, man. Hier hast du noch ein Weapon Cleaning Kit, aber badly damaged. Ähm. Also irgendwie passen die Ruhkugeln da nicht rein. Ja, hast du nicht diese 7, irgendwas Millimeter? 7,62 x 39 Millimeter. Ja, was hast du drin, Arnold? Du hast doch die Au drin, oder? Ich hab die... Ich hab die... 7,62 x 5... Also 51 Millimeter. Achso, ich hab 39er. Ja, die 39er ist die, wo das Simon hat. Gibt das im Simon. Oh, super ey. Aber ich glaub, das Simon braucht ein Magazin dafür. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja. Ja. Ich leg dir die Muni ab, okay? Ja, wenn es im Fenster dann rechts unten das steht, da steht eine Zahl eine 1. Ist das dann die Schüsse, die drin sind? Nee, das... Keine Ahnung, was ich... Die Schüsse... Ist... Keine Ahnung. Unterstehen so. Super, ey. War der schon... War der schon oben? Ja, Simon, probier mal die Munition reinzuladen, wenn's geht. Ähm. Ich hab's gerade eben versucht schon, wo ich die Waffe gehabt hab. Es ging nicht. Achso. Rechts liegt drauf und dann... Also du brauchst ein Magazin definitiv für die... Und ich brauch wiev... Ey Arnold, hast du noch Munition übrig von deiner? Nee. Wollte auch grad fragen, wieviel hast du noch, Arnold? Ja. Fünfzehn und das, was glaub... drin ist? Aber ich hab keine Ahnung, wo das jetzt genau steht. Fünfzehn? Da ist ja noch ein Schuss drin. Fünfzehn. Fünfzehn. Ja, dann gib mal halt sieben Schuss, Fabi. Jetzt schießt ja eh nicht so schnell. Besser hat jeder einen Schuss wie... Weiß... Wie teile ich das auf? Ähm, du kannst Splitt. Ah, Splitt. Passt. Wo bist du denn, Arnold? Warte, ich komm gleich raus. Wir sind auf der Straße. Ja. Warte, gewittert oder... Alter, was waren Sie? Das war ein Mikrofonrausche. Ah. Hab grad gedacht. Alter. Ey, ist da jemand? Hey, da ist jemand. Wo? Ah, tatsächlich. Hey, das ist doch der Arnold. Bin ich, Mann? Das bin ich, Alter. Ich dachte, du bist hier. So'n Scheiß-Rut hat doch nur der Arnold. Mann, Alter. Ich hab schon meine Angst gewetzt. So, ich hab's abgelegt. Okay, dankeschön. Was? Ich dachte, der Arnold steht bei mir und der Affeimann ist da mit der orangenen Jacke noch. Hast du's, Fabi? Da liegt's. Nee, ich seh's noch nicht. Ich seh's. Da liegt's. Da liegt's doch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wenn das nicht nimmst, dann ist es wieder. Alter, wie's klingelt. Oh, yeah. War. Was? Game-Servers will be offline? Ja, okay. Am Wednesday, ja. Ist egal. So, ihr beide habt jetzt geladene Kanonen. Ja. Was brauche ich denn für Munition? Wo kann ich das nachlesen? Äh. Ja, Fabi, gib mir mal die Munition für den Simon. Also, Fabi hat deine Munition, aber... Ich hab die ihm Simon schon gegeben. Ja, eben. Genau. Aber die geht nicht... Also, ich brauch ein Magazin, um das reinzumachen. Ich denk mal schon. Schon wird's ja nachleihen können. Also, gib mir mal deine Munition. Oder willst du die behalten? Weil ich hab ne Munitionskiste. Ey, ich hab noch Pistolen-Munition eigentlich. Ich kann dich auch mal geben, ne, Ray? Ja, dann leg mal hin, dann nehm ich das alles mal mit. Warte, hier, ich leg's dir mal hin. Die anderen passen mal wieder auf. Komm, jetzt droppt auch grad wieder alles. Sofort. Brauch ich eigentlich gar nicht hier. Was ist denn das da? So, ich hab's abgelegt. Ich bin auch wenig Spieler. Da ich glaub, dass wir so schnelle Schrotflinte finden, mach ich mal diese Doppellader weg. Weil die brauchen nur zu viel Platz. Ist hier in der Nähe ein Brunnen? Bei uns? Äh, der ist bisschen weiter weg. Ja, das kann ich trotzdem besser. Aber jetzt mach ich hier rein. Äh. Hm. We take a Swig. Das ist ein Swig. Hä? A Swig. S-W-I-D. A Schwibs, kann das sein? Mal leck, Alter. Mal leck, Alter. So, also jetzt können wir sogar unsere Waffe unterscheiden. Ich hab jetzt nämlich eine grüne Mosinagan. Hab's gerade angesprüht. Hast du die Hand gesprüht, okay? Ja. Ja, das sieht geil aus wie so eine AWP. Zeig mal, Herr. Gell? Sag, guck mal. Also es war's echt beim Airstrip drüben, wenn ihr jetzt ganz dringend trinken braucht. Äh, Essen war wichtiger. Ja. Also dann gehen wir mal. Dann würd ich sagen, guck mal, ihr seht doch hier diesen Häuserblock. So. Dann würd ich sagen, mach mal der Fabi und Arnold den Häuserblock und der Simon nicht, wo so mal die Gebäude hier links hoch bis hoch zu machen. Alles klar. Okay Arnold, du gehst voraus. Ich folge dir. Alles klar. Ich warf euch wieder am Anschlag. Ey, ich hab noch eine grüne, eine schwarze Dose, wenn du Bock hast, ne? Kannst du ja schwarz machen. Ich hätt gern die M4 grün gemacht. Ja, ich hab noch Dose, ist noch 75% voll. Ja, grün oder was? Ja, grün. Kann ich dir nachher gehen, wenn du willst. Ja, mach mal. Weil ich glaub eine grüne M4 ist cool. Ist cool, ja. Fangen wir von hier aus an, Fabi. Fangen wir von hier aus an. Fangen wir von hier aus an. Hallo Aufnahme Polizei. Ja, ich glaub nix. Das ist leer. Ich fahr da einfach am Eingang. Aber immerhin haben wir jetzt alle Schussfahrten. Das ist schon mal nicht schlecht. Geht nicht auf, Manners. Scheiße. Okay, ich warte außen. Dann gehen wir als nächstes zu dem Haus da unten. Ich wär jetzt noch mehr nach links gegangen. Sonst entfernen wir uns wieder zu weit weg von den anderen. Oh ja, ich... Du kannst es glaub allein mal machen. Dann geh ich mal ins Gebäude eins weiter. Alles klar. Wahrscheinlich wird nix drin sein. Ja, was los? Hier rein, hier. Ja komm, geh, geh, geh. Ah, hier ist schon auf. Waren wir hier schon drin? Kann sein. Ja komm, lass uns hoch hier lieber. Ne, ne, hier kann man auch aufmachen. Ja, kann auch aufmachen. Aber... Hier ist nix, okay. Da ist auch nix drin. Dann geh ich mal das rote Gebäude noch eins weiter. Oh, da ist die Tür schon offen. Come on, lass uns da rein. Da waren wir grad eben drin. Bo, 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 bo. So. Hallo? So, du gehst mal... Was denn? Weil ich versteh es nicht. Bei manchen Dinger ist die Tür schon offen, aber bei manchen nicht. Ja, bei manchen Häusern ist generell die Eingangstür offen. Ja. Oh, was haben wir hier? Ich dachte erst grad ne Amerika-Flagge. Das ist die scheiß Masse. So, aber endlich mal ne Waffe, ey. Ach, schön. Lang, lang ist her, ne? Lang, lang ist her, glaubst du, ey. Hast du die gegenüber schon gemacht, Simon? Und jetzt geh mal ins Grüne. Und jetzt geh mal in die Holzhütte, aber in der Holzhütten sind die eigentlich nie drin. Da ist jetzt gar nichts drin in diesem großen Haus. Das gibt's doch nicht. Und? Komplett draußen. Was ist denn das für ein riesen Kochtopf? Hatte ich ne Mülltonne? Wieso steht denn ne Mülltonne hier am Haus? Das passt ja gar nicht. Also so ne Straßenmülltonne. Ist nix, gell? Also dann gehma mal weiter die Straße. Mann, oh Mann, ey, Wahnsinn. Du läufst hier rum und suchst, aber du findest einfach nicht. Alter, Leute, ey. Mein Hunger wird ja grad viel viel größer. Ja, also das Essen ist echt ein Problem, wenn man zu viert ist. Was heißt zu viert? Wir finden einfach nix. Oder das... Selbst wenn ich jetzt allein wäre, hätt ich nicht viel mehr gefunden. Also ich hab noch ne Spaghetti-Dose, gell? Ja, ich auch noch eine. Also ich hab gar nix mehr, Leute. Ich bin auch noch gelb mit dem Hunger, also es geht noch... Bei mir geht's auch noch. Bei mir, ich bin auch angst, aber es dauert noch ein bisschen, bis er reagiert. Es regnet's bei mir wieder. Ähm, sind das hier die Häuser von den anderen, Arnold? Hier, den hinter mir? I don't know. Also mir machen die grad die ganzen nördlichen Häuser. Jetzt fangen wir wieder mal zurück, oder Arnold, vielleicht? Nee, ihr könnt auch nach Norden, da sind noch voll viele auf der rechten Seite. Ja, komm, geh mal hoch, die einen Häuser da oben. Die sehen ganz gut aus. Ja, fang mal von oben an. Die sehen sehr wohlhabend aus. Mal gucken, ob die was da haben. Ja, das ist... Na, die Türen schon offen. Das find ich halt wieder total komisch. Vielleicht sind das die Zombies, Alter. So ein bisschen ich ja grad gar keine, das ist komisch. Also es war auf jeden Fall schon mal jemand hier, schätze ich mal, aber... Oh, was liegt da? Was ist das? Eine Hose, oder? Geh mal hier links rein. Ich will mal wieder eine Cargohose haben, gell? Oh, ich bin schon wieder orange im Essen. Das gibt's doch echt nicht, ey. Okay, hier war's schon immer drin. Ah, da ist der Kopfschmerz. Das weiß ich, was du meinst. Ähm, Arnold, wo bist du? Ich bin grad in ein Haus geräumt. Ah, ich seh's ja. Seh's ja. Seh's ja. Was seid ihr? Ah, das seid ihr da. Bisschen, bisschen nördlich hier. Ich geh aber grad das Haus hinten drauf. Aber da ist ja zum Teil die Türen schon offen bei euch. Das ist ja nicht komisch. Das ganz nördliche Haus bei euch auf der rechten Seite. Das mach mal ich, weil ihr habt da ja noch ein paar Häuser. Alter, hier sind schon die ganzen Türen offen. Das fällt mir halt gar nicht. Ich glaub, hier wurden alle schon geludet. Gut, aber manche sind dann wieder nicht offen. Boah. Weder ist der extrem schlecht deinem Looten, oder... Es ist höflich, er macht man von dir zu. Ja, oder das... David, du bist in das Haus hinter mir gegangen, gell? Das gibt's echt nicht. Liebe Freunde, wir werden hier alle einen grausamen Hungertun sterben. Ja, immer noch drin. Ah, okay. Wenn ihr unseren armen Pixelhelden helfen wollt, dann schickt bitte an folgende E-Mail an. Spendet 500 Euro an die 555123. Schlag nicht tot. Tschernarus. Tschernarus. Ich will die armen Kinder von Tschernarus. Also hier ist alles nördlich abgegrast. Das heißt, wir gehen jetzt wieder südlich. Südlich Richtung Ocean halt. Richtung Airfield. Oh Gott. Da sind nochmal drei, vier Häuser auf dem Weg und ein Brunnen. Ja, come on. Der Matt geht mal vor. Und... Ganz links, hinter den, die haben wir auch noch nicht. Ah, willst du noch die Spraydose? Wenn wir grad hier kurz so... Achso, ja, dann machen wir schnell. Gib's immer mal schnell. So. Oh, das sieht schon geil aus. Wie dem und willst du bei uns? Ich bin still genau neben euch. So, also die Grüne ist weg. Will doch jemand eine Waffe gefärbt haben? Wie funktioniert das einfach über die Waffe ziehen? Einfach bei der Dose rechts klicken und dann wird die Waffe angezogen. Ah ja, Payne. Ja, ich leg dir die schwarze mal hin. Ups. Ups. Falscher Knopf hier. Die schwarze. Alter, ich hab jemand was essen bei mir jetzt grad richtig dreckig. Ja, warte, ich krieg dir was hier. Sag mal, Oleg, sieht geil aus. Hier, ich leg Spaghetti hin. Mal kurz... Ich muss hier wieder unten in die Dingleische ziehen. Ja, ja, die wird dann neu... Aber die, 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 die... Äh, ist equipisch nicht gefärbt. Das ist nur der Hauptgriff grün. Ja, ja. Oh Mann, egal. Was, wo ist es essen? Ich hab's eigentlich gerade hingelegt. Kannst du meine Dose denn auch mal aufmachen? Ich leg meine Dose auch mal ab. Da ist sie. Ich leg meine Dose auch ab. Die kommt gleich. Wacken eine Bohne. Einfach mal, dass sie für notvoll offen ist. Ja, ist süß. Aber Simon, bei mir läufst du ganz weit weg. Ich steh genau bei euch. Ich bewege mich kein Stückchen. Sehr gut. Ich find's gut, dass du bei uns bist. Guck ich dich dort an? Ja, in Gedanken bist du bei mir. Ja, du musst wieder da liegen. Nein, guck ich dich nicht an. Danke. Ich steh jetzt genau neben dir und guck in die gleiche Richtung. Guck ich dich jetzt an? Lass mal ja, lass gehen. Ja, jetzt gucken wir uns an. Wink dir mal. Hallo. Jetzt hat mich gerade Wayne mit dem Bewehr weggeschoben. Das war der Fabian. Also da oben ist der... Da oben ist für mich... Der Simon ist da oben. Ja, der Simon ist bei mir ganz komisch angewendet. Ich steh genau vor dir. Alter, aber die Spraydose, mal ganz ehrlich, die braucht ja mega Platz. Jaja. Auch die noch jemals, sonst würde ich sie wegschmeißen einfach. Jaja, könnt sie wegschmeißen. Ich... Ihr beide. Also ich hab meine... Meine bunte Waffe. So, äh... Leute, könnt ihr mal kurz auf mich aufpassen? Jo. Ich leg die Waffe auf. Dann lad ich mal ganz kurz mein Magazin nach. Perfekt. Hier haben wir doch die 40 Schuss. Hier mal noch die Spraydose mit. Einfach mal die grüne. Simon, willst du deine Waffe auch noch färben? Nö. Nö, passt schon. Alter, geil. Einfach mal eine schwarze Waffe verschieben. Mann, meine M4 ist jetzt halt Dwarx schwarz. Eigentlich voll cool, oder? Zeig mal. Bei mir drauf. Ich guck mir das dann auf der Aufnahme an. Weil selber sehe ich es nicht. Zeig mal. Ich guck mal deine genau an, dann siehst du es mal. Nicht schlecht so. Das sieht ganz gut aus. Oh, ja, da könnte ich jetzt boom. Ja. Fick dich. So, jetzt bin ich jetzt boom. Okay, jetzt gehen wir kaum weit. Ja, danach. Wie weit wollen wir noch? So, jetzt gehen wir, wie gesagt, nach Osten. Da müssten wir hinter dem großen Gebäuden, wo wir waren. Also hinter dem Krankenhaus oder was das war. Ja, ja. Da waren noch drei Gebäude. Dann geht's Richtung Erfield. Da sind auch nochmal zwei Gebäude. Plus nochmal ein Gebäude, wo nebendran ein Brunnen ist. Und dann haben wir das Erfield selber halt. Und die würde ich jedenfalls noch nicht nehmen. Und beim Erfield gehen wir ganz vorsichtig vor, auf jeden Fall. Oh je, oh je. Wir müssen aber hier schon vorsichtig vorsehen. Weil die im Erfield sind, die werden 100% auch hier hinkommen. Oder von hier und dort hinkommen. Oh je, Leute. Aber wir haben jetzt einen riesen Vorteil. Wir haben jetzt alle ne Feuerwerks. Wir haben jetzt alle ne Schussraste bis auf der Simon, der leider nicht schießen kann. Aber es ist ja klar ein Schuss, wenn es richtig ist. Achso, ja genau, stimmt. Das haben sie auch gefixt. Man kann in jede Munition mit einer Kammer, kann man einen Schuss schon mal reinlegen. Okay, das ist cool, ja. Das ist auch realistisch. Ja. Und also bei der Pistole auch. Du kannst schon eine Pistole holen und ein Magazin, kannst schon einen Schuss reinlegen. Das habe ich auch nachgelesen. Das ist auch cool. Okay, ich bin jetzt orange beim Essen. Ja. Also ich habe nichts. Also ich habe noch ne Kiwi, Simon, wenn du willst. Ne gute Kiwi. Also das habt ihr hier links alles gemacht. Ne, die da vorne noch nicht. Die einzelnen da vorne noch nicht. Okay, dann machen wir die jetzt mal. Also warte mal. Geht Simon, komm mal zu mir. Ja, geht ihr mal. Gucken mal. Wo stehst du? Simon, der hat von dir. Genau vor dir. Liebe Leute, tut mir ein bisschen leid. Ich kann die nicht öffnen. Scheiße. Ich kann sie öffnen. Okay, dann mach du, der ist gewonnen. Ich bin mir ein bisschen leid, dass es nur ein Looting ist. Und, äh, gut, zwischen drin hatten wir ja mal Action. Ja, es ist ein bisschen langweilig. Aber, gut, es gehört so zu Stacy. Ich bin ja oft auch rechten Seiten. Selbst auf den großen Kanälen, sag ich mal, seht ihr das nicht anders da. So, äh, oh, hier ist Essen. Perfekt. Nehmen wir gleich mit. Ohn. Da hinten ist ein Zombie. Ich könnte ihn abknallen, aber ich mach's nicht. Ich bin froh, dass ihr wieder eine Feuerwerks-Sub, ganz ehrlich. Das ist, das macht so viel besser. Ich könnte. Aber ich mach's nicht. Was haben wir hier? Ist noch hier was noch? Ne, ja. Ja, die haben heute den Loot bisschen reduziert, ey. Und sie wollen ihn noch, noch mehr reduzieren, ey. Ja, also. Man findet jetzt schon kaum was. Ja, ich find's richtig. Ja, es ist schon ein bisschen habig. Sollen sie es lieber mal ein bisschen am Airfield reduzieren, dass es nicht mehr so gehypt wird. Ja, da ist ja ein Zombie, aber ich weiß nicht. Da vorne ist er noch. Ja, da vorne ist er noch. Soll ich ihn mal... Oh, da kommt er. Ich nehm mal die Axt rein, für euch es selber. Oh! Fuck, der leckt bei mir rum. Und der ist tot! Ja, ich hab ihn da gerade aufschlagen. Der Simon, der Simon, ich weiß auch nicht, was der macht. Der ist voll der Ghost da. Du bist eigentlich der perfekte Typ, um Leute zu töten. Dann müssen doch ein Simon noch die ganzen Waffen geben. Alter, ich wollte zum Zombie laufen. Ich hab's gerade gesehen, ne? Ey, wo seid ihr jetzt alle? Ey, ich bin ganz nördlich bei diesem Abseits-Ding. Und das sind noch zwei Rolls. Mein Geister sind... Mein Aiden ist bei mir. Ja, dann Aiden hätte ich jetzt auch gerne. Für alle, die sich nicht kennen, wer Aiden ist, der guckt mal unser Let's Play von Beyond Two Souls an. Da hab ich die Rolle des Aiden gespielt und der Arnold die Rolle der... Jody? Eh, Ellie? Oder wie die hieß? Was? Ihr wart Heiden? Heiden? Also hier ist nix mehr. Ich hab das nicht gerade schon gemacht. Nicht Ellie, man. Ellie war was anderes. Jody war... Ah, Ellie war... Wobei sich die beiden Charakter ja ziemlich ähnlich sehen. Total, gell? Echt zufällig. Sehen die halt so total ähnlich. Das Gebäude habt ihr noch nicht. Da ist nirgends die Tür nicht. Geht ja das gerade aus dem Elfraum alles sehr schnell. Ja. Das Simon ist echt von mir ein Geister. Er fängt einfach alles durch. Ich find's so genial. Ich find's so komisch. Ich komm mal zu dir, ja. Lauf Fabi, lauf. Fabi, lauf bitte. Aber nicht die... Aber es haben ja eigentlich alle ne gute Feuerwerks, außer der Arnold hat so ne... Ne damaged Feuerwerks, ne? Ja. Da ist die next... Oh, ich hab nen Schulranzen gefunden. Haben die das Bindesens? Ähm... Ja gut. Also wenn wir eine finden, ne bessere, dann schreien wir in Arnold her. Arnold! So, hier ist noch ne grünes Häusle. Ah, Alter. Ich hab jetzt ein Essen nur gefunden in den ganzen Häusle. Du suchst 100 Häusern und findest eine Dose Bohnen. Weißt, wir kommen gar nicht mehr in den normalen Zustand beim Essen. Das ist so hardcore, ey. Das ist echt krass. Boah, ich bin ja aber langsam schon durstig. Du seid ja jetzt schon mal am Schluss aus der Flasche. Ja, ich trink mal schon...